Wir haben jetzt eine Zielzeit. Jetzt brauchen wir noch das entsprechende Atom- und eine startklare Zeitkapsel. Fragt Delvin, ob er das Problem inzwischen gelöst hat. Ja, dass man dafür sorgt, dass die Kraftwerke nicht mehr lukrativ sind, indem man einfach eine bessere Energiequelle demonstriert. Eben die Blaualge. Und deswegen sind die also zu Band gekommen. Die Frage ist jetzt also, wieso haben sie jetzt nicht den Plan verfolgt, den Salvador da vorhatte, nämlich die Kraftwerke zu stoppen? Und ich habe schon so eine Ahnung, dass der sich sowieso am Ende in einen mit diesem komischen Laser-Pistolen-Bohrer-Schießenden-Trottel verwandeln wird. Wie auch immer. Naja, das ist jetzt noch die Frage. Wieso sind wir jetzt plötzlich bei Band und nicht in Süd-Brasilien? Na gut, ich würde sagen, wir gehen dann mal eben rüber zu unserem kleinen Kollegen... Delvin? War es richtig? ...und gucken, ob der das Problem mit dem Atom gelöst hat. Und sprechen. Faye, ich habe unsere Ration ausgepackt. Hier, nimm! Delvin, wir haben wieder ein Ziel. Wir müssen weiter in die Vergangenheit. Ein Kraftwerk ist explodiert und hat den Klimawandel ausgelöst. Ein Kraftwerk ist explodiert? Das ist unsere Chance, das Unglück zu verhindern. Wir brauchen doch nur noch ein magnetisiertes Atom aus dieser Zeit, richtig? Könnten wir nicht die Cola nehmen? Die ist doch schon so alt. Haben wir noch genug Energie für einen zweiten Zeitsprung? Haben wir noch genug Energie für einen zweiten Zeitsprung? Ich bin mittlerweile schon etwas zuversichtlicher. Es wird dennoch keine angenehme Reise. Wir brauchen doch jetzt nur noch ein magnetisiertes Atom aus dieser Zeit, richtig? Nur noch? Ja. Wir haben hier weder die Instrumente noch die Zeit, um so ein Atom zu finden und zu datieren. Woher habt ihr die Information über das Kraftwerk? Ich habe mir Bilder von einem der Terminals runtergeladen. Hm. Früher wurden Fotos und Filme auf mit Gelatine beschichteten Medien gespeichert. Sogenannte Videokassetten. Wenn wir das Originalmaterial finden könnten, hätten wir auch das nötige Atom in der Gelatineschicht. Weißt du, ob es hier ein Archiv gibt? Ich arbeite dran. Pass auf dich auf. Ja, ich weiß, dass es ein Archiv gibt. Instantpillen. Können wir die nicht hier reinkippen, denn schräumt das wie es blöd? Uuh. Ganz schön klebrig. Okay. Was? Curryhuhn? Was? Ein matschiger Brei. Sieht eigentlich ganz lecker aus. Ja, dann probier mal. Nee, es sieht vielleicht ganz gut aus. Aber ich als Köchin weiß ja, was drin ist. Können wir das vielleicht dem Typen da unten anbieten? Hast du Hunger? Was ist das? Das habe ich gekocht. Naja, vergiss es einfach. Warum? Schraubentier rein. Was können wir noch alles reinschmeißen? Ein Messer vielleicht? Ich könnte es noch in Streifen schneiden und appetitdichtig dekorieren. Er würde es ja doch nicht zu würdigen wissen. Wer? Hier? Wir könnten Salvador angreifen. Vielleicht erstickt er ja dran. Hm. Äh, bitte nach oben. Danke. Tja. Hast du mit Delvin geredet? Ach so. Ja, die Zeitkapsel macht keine Probleme. Und das Atom können wir im Originalmaterial der Filmaufnahmen finden. Delvin ist ein Genie. Und du? Wirst deinen Weg nach unten finden und das Videomaterial besorgen. Jedes Artefakt in diesem Archiv besitzt eine Identifikationsnummer. Die Originalaufnahme der Indes-Katastrophe beginnt mit der ID 2110832100. Das sollte deine Suche beschleunigen. Okay. Ah, es ist immer noch die Frage, wie wir da überhaupt runterkommen. Jetzt gehe ich wieder nach da. So. Wir könnten natürlich unser lustiges Terminal nochmal fragen, weil ich glaube, hier kommen wir nicht groß weiter. Außer der hat zufälligerweise Hunger. Bist du noch da? Ja. Aha. Ich muss ins Medienarchiv. Hast du was zu essen? Ich habe Hunger. Ja. Ich gehe dann mal wieder. Haha. Guck mal, ich habe hier was für dich. Nelke, da auf die Treppe. Und jetzt geh weg. Ich lasse dich rein, wenn ich das mochte. Oh, oh. Ha! Der ist wahrscheinlich eher umgekippt. Dunkelheit. Oh. Dunkelheit, Dunkelheit. Alter, musst du mich so erschrecken? Du hast mich ganz schön erschreckt. Du hast mich auch ganz schön erschreckt. Was willst du hier? Ich... Ich suche Videokassette. Ach, du Scheiße. Wo ist das Archiv? Das alles hier ist das Archiv. Quickie kann es dir bringen, wenn du was suchst. Mach schnell. Ich suche einen Mann namens Nigel. Hast du ihn gesehen? Der ist bestimmt nicht im Archiv. Nein, ich bin ganz allein hier. Hier sind nur meine Freunde. Äh. Hä? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Geht das? Nur wenn es nicht zu lange dauert. Ich habe noch viel zu tun. Ich mache es kurz. Was hast du denn zu tun? Was ist hier passiert? Wieso ist alles zerstört? Alles kann so schnell kaputt gehen. Alles geht schnell kaputt. Ich muss sagen, ich muss hier kaum reden in diesem ganzen Adventure, weil die einfach alles selber sagen. Das ist... Das ist furchtbar. Wie lange ist das Kraftwerkunglück her? Weiß nicht. Hier gibt es kein Kraftwerk. Nur eine Bibliothek. Ganz schön viele Fragen. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Es ist aber wichtig. Wie hast du die Katastrophe überlebt? Was meinst du? Du musst den Klimawandel doch irgendwie mitbekommen haben. Weiß nicht. Ich mag dich nicht. Ich muss dir diese Fragen stellen. Gibt es andere Überlebende? Du sagtest, du hättest hier Freunde. Viele Freunde, ja. Sie sind gerade nicht da. Schade, schade. Ich hätte sie dir gerne vorgestellt. Du hättest für sie kochen können. Äh. Zu viele Fragen. Viel zu viele Fragen. Nochmal mein Leben erzählen. Das mag ich nicht. Okay. Bis später. Das alles zu durchsuchen, wird lustig. Alter. Kommentieren. Wie komme ich da rein? Du darfst da nicht rein. Das darf nur Quickie. Kommentieren. Und dann geht es auch noch um Videos. Ja, das hier ist übrigens YouTube. Das hier sind alles die einzelnen Kanäle. Und wir suchen jetzt nach einem bestimmten Video. Ihr könnt es euch denken. Ach je. Das ist ja viel zu viel zum angucken. Tabellen voller Namen und Zahlen, die sich gegenüberstehen. Was ist das? Das geht dich nichts an. Ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Ich glaube auch. Bildschirm! Da stand auch so ein hässlicher Bildschirm herum wie hier. Hat er noch funktioniert? Nein, war kaputt. Funktioniert eigentlich irgendetwas, das Sie anfassen? Geht er noch? Kaputt. Oh, okay. Woher wusste sie, sie konnte es ihm nicht... Wie konnte sie es ihm eben schon sagen? Das ist unlogisch. Nährstoffbehälter. Sie müssen ihm erst kürzlich ausgegangen sein. Ist es nicht schlimm, dass wir so leben müssen? Jeden Tag ums Überleben kämpfen? Olivia hat gesagt, dass es in Marion noch einen vollen Supermarkt gibt. Da gibt es noch mehr davon. Nachdem die Mission beendet ist, werdet ihr ein besseres Leben führen. Das verspreche ich. Hm. Hier redet da ein Kram. Darf ich eins haben? Es könnte mir bei der Mission helfen. Nein! Das macht nichts. Ich schaffe es bestimmt auch ohne. Äh. Eine alte Konserve, wo eh nichts drin ist. Was willst du denn damit? Bücher über Bücher. Ich habe noch nie so viele auf einmal gesehen. Und in so gutem Zustand. Wenn ich jetzt lesen sage, kommt jetzt ein Kommentar von Ben über Dr. Angust. Die Flüsse von San Francisco. Von Gonzalo Benjamin. Uh. Wenn ich jetzt nochmal sage, kommt dann was anderes? Das Auge des Horrors. Tatsache. Von Lawrence D. Gilbert. Das machen wir jetzt ein paar Mal. Vielleicht erkennt ihr einen Lieblingstitel. Von Ben Cross. Oder Ben sagt vielleicht tatsächlich mal irgendwas. Das Laufrad. Von Lorenzo Mortonen. Nee, bisher noch nicht. Der Tod und das Mädchen. Von Robin Aronson. Robin Aronson sagt mir irgendwie was. Die Flüsse von San Francisco. Okay, das hatten wir schon. Schade. Wow. Du liest wohl sehr viel, was? Nein. Aber du liest. Manchmal blättere ich nochmal durch, bevor ich sie anzünde. Oh. Ist hier was anderes? Das Auge des Horrors. Okay. Küche. Die ist ja fast so wie die oben. Sie ist besser ausgestattet als unsere Notfallküche. Sag ich doch. Ähnlich. Lieber nicht. Sonst will er wieder, dass ich ihm was koche. Ja, das ist wahrscheinlich eine begründete Sorge. Das Terminal brauchen wir am Ende. Eine Matratze. So ein großes Bett. Das muss er in einem Palast gefunden haben. Hier schläfst du? Ist das nicht ein bisschen groß? Ach, was sag ich. Das ist bestimmt sehr gemütlich. Ich frag mich, wo die denn mal in der Zukunft drauf schläft. Wahrscheinlich auf so ein... So ein Brett, das gerade so groß genug ist. Bei uns daheim sieht es genauso aus. Einfach weil man... Keine Ahnung. Sie haben tatsächlich seine Sachen durchwühlt? Ich hoffe ja, dass sie so etwas bei mir nicht auch gemacht haben. Hätte ja sein können, dass er etwas besaß, das der Mission geholfen hätte. Auf welchem Stern sie diesen Mann auch immer getroffen haben. Er musste auch schauen, wie er über die Runden kam. Es ging ja nur um die Zukunft der gesamten Menschheit, aber egal. In den Kartons war ohnehin nichts. Nur braunes Papier. Wow, braunes Papier. Das wollte ich schon immer mal haben. Hier liegt ein Zettel. Anmelde Formulare bitte komplett neu drucken. Und diesmal kein Recyclingpapier. Wie sieht das denn aus? Die Kartons sind ja randvoll mit Papier. Musstest du die alle allein tragen? Die waren schon hier. Ach, dann sind das gar nicht deine. Doch! Äh, okay. Ja. Ein Regal mit alten Malereien der untergegangenen Kultur. Dann kommentieren. Als Kind hatte ich auch mal solche Bilder. Damals wusste ich noch nicht, was die Menschen der Vergangenheit alles Schreckliches gemacht haben. Zum Beispiel. Die Hängematte ist völlig zugemüllt. Soll ich dir vielleicht etwas beim Aufkommen halten? Das haben sie ihn doch nicht ernsthaft gefragt. Man kann zu Hause doch nicht seinen Müll stapeln. In seiner Situation ist das doch völlig irrelevant. Zusammen geht das ganz schnell. Lass das so. Na gut. Danke. Also wirklich, was... Falscher Moment, ganz ehrlich. Falscher Moment. Ein ganz seltsames Gerät. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Ist das eine Lampe oder ein Mixer? Was ist das hier? Weiß nicht. Hab ich gefunden. Sieht aus wie ein Glas mit Rasierklingen. Das Leben muss früher sehr seltsam gewesen sein. Findest du nicht auch? Vielleicht. Früher. Oh, die muss ihm ja seltsam vorkommen. Na gut. Dann machen wir endlich mal, wofür wir hier sind. Ich hatte gehofft, so ein Ding nie wiederzusehen. Ich auch. Glaub mir. Benutzen, kommentieren. Das ist aber nicht der Freund, von dem du immer sprichst. Nein. Das ist Quickie. Puh. Gut. Die anderen Freunde, die sind alle in seinem Kopf. Guten Tag, Sean Reddholt. Starten Sie den gewünschten Suchvorgang. Ich suche ein Artefakt, das mit der ID 2110832100 beginnt. Ihre Suche ergab über die Autovervollständigung der drei Treffer. Erstens. Das Manuskript zu Antima Day Shop von Ray Klemit. 211083210012. Zweitens. Eine Ninon Opus Luxe Spiegelreflexkamera. Kann ich beides haben? 211083210089. Drittens. Videomaterial zu die Indes Katastrophe. 211083210091. Möchten Sie eines dieser Objekte bestellen? Ich nehme das Video, ich nehme das Manuskript, ich nehme die Kamera. Ich nehme die Kamera. Auftrag wird ausgeführt. Das muss wohl diese Ninon Opus Luxe Spiegelreflexkamera sein. Die muss ziemlich teuer sein, wenn die extra gelagert wird. Eine kleine durchsichtige Box zur Lagerung von Artefakten. Dann öffnen. Warum ist hier so ein Fleck? Oder ist der auf meinem Bildschirm? Habt ihr den auch? Äh. Mal ein bisschen rüberwischen, aber das scheint nichts zu sein. Äh. Ja. Und du? Wir haben jetzt echt die Kamera geklaut. Na gut. Eine Ninon zumindest steht das hier so. Okay. Kann man hier irgendwas aufklappen oder... Wirklich viel passieren tut hier nirgends. Können wir die aktivieren? Okay. Ich stelle den Selbstauslöser auf etwa eine Minute. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Warum? Verstehe ich nicht. Achso. Hä? Ich weiß es wirklich nicht. Gut. Ähm. Benutzen wir mal und hören uns den Rest auch noch. Guten Tag, Scho... Ist dies nicht... Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Ich möchte etwas anderes bestellen. Ich möchte etwas anderes bestellen. Schicken Sie das in der Auslage befindliche Artefakte wieder zurück, bevor Sie eine weitere Bestellung... Äh. Na gut. Ich brauche nicht... Gehen Sie sorgfältig mit dem Ar... Na gut, das heißt, wir müssen es leider erst mal zurücklegen, fürchte ich. Ich bin fertig mit dem bestellten Artefakt. Mir fällt jemals auch gerade nichts ein, wovon wir ein Foto machen müssten, also... Aha. Er hat gerade ein Foto gemacht. Dann holen wir uns die doch einfach nochmal und schauen, ob da was Interessantes bei rausgekommen ist. Ja. Ich habe mich zwar nicht beeilt, als ich das gemacht habe, aber vielleicht hat es dir trotzdem gereicht. Moment. Ah, da ist es. Das da rechts muss das Video sein. Und ich kann noch was erkennen. Eine Kiste mit einer ID. Okay. Und das hilft mir jetzt inwiefern? Muss ich mir die jetzt aufschreiben? Ich mache es einfach mal. 6, 8, 9, 7, 0. 9, 9, 8, 7. Ich nehme mal, es gibt ein Problem mit der Produktion, einfach weil das Ding hier so komisch liegt. Äh, nicht mit der Produktion, mit der Transportation. Mit dem Transport. Und...